1. November 2016, Refugio Ducca degli Abruzzi, Plato Rosa mit Breithorn, hier das Refugio, hier unten habt ihr Brueil Cirovina draußen, Richtung Val d'Osta, hier gibt es den Grad hoch, den Teheraz, 360 Grad Panorama, zum Berg der Berge, dem Matterhorn, Horu Cervinho, Berg aller Berge, hier der Doppelgipfel, halb italienisch, halb schweiz. Hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier es, wo Danny Mayweather